Dickes Forellenturnier Und wer ist mit am Start? Ich Musst doch hier erwähnen Ich würde sagen, hier sind doch nicht jeden Tag SensiLiga ist am Start Sonst Nichts erwähnenswertes dabei Wo hast du denn da drauf? Ist doch nicht böse gemeint Läusten sie den Holzboden aus der Kahn oder? Ist alles auf 70% Effert im Arsch Läusten sie Ich bin eigentlich mit dem Fischkämpfe Nicht normal Ich musste da die Montage nochmal bis ich sie anpasse Sonst ist der Fischrutsch hergange Sonst ist der Fischrutsch hergange Sonst 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 Bei einem von euch Das war kurz auf Shepley Oder Cs Ich bin am Stream Da kann ich kein Shepley machen Achso Achso Alles Gerscheiß Dann guck ich ein bisschen YouTube Ich leg sie lange Zeit weg Ok Ok gut noch nach Was ist denn hier gefangen alter Er liegt doch hier schon vor mir am Boden Schwarzbarsch in Trophäengröße 1,7 Kilo Junge Wo sind die die Forelen? Wo sind die die Forelen? Ja Diese Bad Sands haben wir hier drauf. Bist du auch hier Marcel? Ja, aber dein Chefrum war voll, glaub ich. Du sollst mal in meinen Raum kommen, wenn du willst. Was ist das denn? Gucken wir mal. Ich bin hier im Wettbewerbsraum. Bist du nicht zu meinem Raum kommen oder so? Zufallend neuer auf Freunde bist du reinkt oder Chatroom? Hm, und dann Vierg. Hör drauf, Xer, Vierg. Bist du nicht zu mir gekommen? Ich versuche mal zu dir zu kommen. Bin ich jetzt bei dir? Ja, Mann. Kein Problem, Alter, für mich. Das ist einfach ein Beckenweiter. 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 Das war voll der komische Kampfgeldi aussieht. Oregon Red Band Forelle. Petri. Petri. Köh, Köh, Köh. Wo bist du denn? Hmm, beim Boot. Vielen Dank. 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 Ich hab 5 cm drauf. Ich hab 5 cm. 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 Ich hab 6 cm. Ich hab 5 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 cm. Ich hab 6 cm. Ich hab 5 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 cm.